Und damit willkommen zurück im Urlaub. Muss reichen. So, hier waren wir schon überall. Das Weg habe ich auch mitgenommen. Ja, habe ich. Ja, ich habe ja genug Halt, von daher kann ich mir ein paar blöde Fehler erlauben. So, wo kam ich jetzt her? Das ist so lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Nein, ich bin nicht so schlunzig, dass ich jetzt am Tag des Hochladens die zweite Folge aufnehme. Nein, nein, das schlägt mich ganz falsch ein. Es liegt an Gründen. Oh. Oh. Okay. Ich hinterfrag's einfach nicht, aber das Vieh ist wirklich erschreckend groß gewesen. Der Hartmutstrand. Ah, ja. Sollte mich das irritieren. Hier ist auch Stimme auf so einer Brücke. Ach, doch nicht. Nee, gerade. Aber Lampen ist so bei der Brücke. Na, komm raus. So. Guten Tag. Was? Das ist ein schöner, dezent aufgetragener Lidschatten werteste. Gratulation. Macarena-Tanzgruppe. Auch schön. Was lesen wir Nettes? Das Bild sagt mir nichts. Woher ich eigentlich so schmacht habe? Hi. Okay. Jack Snow Swing. Ähm. Das war ganz wichtig. Und dieses ist noch wichtiger. Crew the System. Nein, ich werde den nicht abschießen. Das wäre ja... ... die Quälerei unten, oder was? Na, nein. Ne? Den habe ich anscheinend wirklich so weich geklopft, dass sich das jetzt anders anhört. Faszinierend. Ich sollte Professional Schnitzel machen. Mit meinem Schrober. Auf Doom. Meine Begnis. Ich darf doch mal, ja? Danke. Okay, Macarena. Und... Bist du in Stase? Oder bist du einfach nur eine schlechte Arztrafe? Ich stelle mal kurz. Ach, da bist du schon wieder. Aber mal ehrlich, das ist doch... Hast du auch... Ja, das ist auch Macarena. Ist das ein Glitch? Das sieht dezent albern aus. Das mal so auszudrücken. Äh, gut. Hartmut Strand. Da haben wir... Ich habe übrigens bei uns gefühlt, dass dieser... Bong an der Bar vorhin... Für euch vorhin... Für mich vor einer Woche... Äh, aus Macarena war. Was, wenn ich bewusst war, weil ich Macarena nicht gespielt habe. Ich sollte es nachholen, ja? Ich weiß. Aber... Ach, so wieder hier. Okay. Battle ist weg. Hallo, schöne Frau. Und... Metal-Bananen? Metal-Bananen. Natürlich Metal-Bananen. Wie könnte es anders sein? Ist hier noch irgendwas... Versteckt? Sieht nicht so aus. Nö. Blink, 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 blink. Gut, was haben wir denn im Besucherzentrum? Gute Klimatisierung anscheinend. So, erstmal alles mitgehen lassen. Ja, oder auch nicht. Die Magazin sind ja wertlos. Wobei, habe ich mal... Äh, ich begriffen. Haben wir die Recycle? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Äh... 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 Wer hat los? Ach, hier war es nur einer nicht. Ich habe alles mit einem nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. In der These. Aber die Batterien sind immer gut. Shuttle-Zentrum. Kann ich dich... Nein, kann ich nicht mehr hergehen. Guten Tag. Das braucht ihr doch nicht mehr, oder? Er wird... Vielleicht irgendwo Aufwege hinlegen. Wo war der Alk? Da ist der Alk. Nein, das war nicht mein Plan. Dankeschön, Spiel. Alles vernichten. So, lass mich raten. Du hast wieder kein Voice-Over, ne? Voice Output Malfunction. Lustig's doch. Wo ist ein Anfall abgewehrt? Success. Ah, als ich hertransferiert wurde. Ja, toll. Habe ich wirklich vor Freude getanzt. Wachposten auf einem Südsee-Insel-Paradies. Sonne, Strand und Meer. Ah, was hätte schöner sein können als das. Aber es ist sooo langweilig hier. Und jetzt, da es nicht mehr Hauptsaison ist, sind auch nur noch eine Handvoll Leute hier. Und die dann auch nichts weiter tun, als nur rumzulegen. Eigentlich ist es nicht mal irgendwas anderes zu tun, als rumzulegen. Ich würde alles tun, um nochmal transferiert zu werden. Alles. Das würde mich nicht mal stören, wo sie mich hinsenden. Ich würde lieber auf dem Schrottplatz arbeiten, als hier vor langweil zu sterben. Ja, nö. Scheint ja wirklich sehr angenehm hier zu sein. Jorgels langweilt sich. Ich weiß ja nicht, Jorgels ist ja... XT2692, oder so. Die andere Kamerade langweilt sich, die Soldaten langweilen sich. Bist du Choto oder Schles, du? Boon. Eckdackt. Ich glaube ich schon, Schnarchen. Ja. Pennt. Auch gut. Sag mal, Zucker? Ne. Streumilch? Zucker. Milch. Kaffee. Gut, also. Die Zukunft. Wir haben Streumilch. Na gut, haben wir ja heutzutage auch. Aber wer käme denn darauf, Milchpulver in Kaffee zu kippen? Ja, gut. Die zwei Komponentenleute da hier. Kaffee weiß und sowas. Kochbuch? Hey, du merkst, mach es besser. Okay. Mein Mann sind hier anscheinend. Ich will das Sandwich. Wie ein Sandwich-Teller. Danke. Alles wohl temperiert. Und wieder Itasco-Nudeln. Und Tomatenketchup. Ah ja, hoffentlich nicht mit Augen-Tomaten gemacht. Ah, das Eis hier muss natürlich auch gekühlt werden. Sehr kleine Snowbees in der Nähe. Aber das wirklich revolutionär gewesen ist. Hätte man die Nebenwirkung irgendwie rausbekommen. Na, ich nehm' jetzt nicht alles mit, nur... Bis dahin kann mir die Bananen kommen mit. Du bist eine leicht deformierte Ananas. Nur für Nahrung. Kann ich in Mikalien. Okay. Also... Alles voll natürlich, alles Bio. Das ist doch mal Lebensqualität. Hallo. Schade. Nein, ich bin nicht sexistisch. Nein, wer kommt denn auf sowas? Was? Nein, gar nicht. Wirklich nicht. Können wir glauben. Sickbay. Insani-Raum. Deutsch-Übersetzung? Wow. Oh. Gut. Also ist auch sowas nützlich, weil ich jetzt Quatsch einen Bonus habe. Die Spratze ist immer gut, immer gut. Zähne zusammenbeißen Ohren zu. Voice Output Malfunction. Das Geräusch ist leicht nervig. Ich glaube, das patche ich mir irgendwie raus. Irgendwann mal. Ich frage mich wirklich, was ich hier mache. Ein Aushilfsmediziner wäre genug für das klein wenige Ar... Hoppala. Das klein wenige Arbe, die ich hier zu tun habe. Nichts behandeln als Sonnenbrände und richtig fette Kater. Vor einem Jahr war da wenigstens ein bisschen was Action mit dem ganzen Haifischkram. Da hatte ich die Hände voll zu tun. Aber jetzt... Ja. Aber ob du es glaubst oder nicht... Dieses... Ja. Ah, bleb, 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 bleb. Kurzer Aussetzer. So, jetzt bin ich da. Ob du es glaubst oder nicht, sie füttern es. Dreimal pro Tag. Sodass es nicht irgendwen anfällt. Es ist eine Touristenattraktion. Und ich kann es einfach nicht mal aussehen, noch mehr auf Sonnenbrenner zu schauen. Äh. Drücke, es war eine Touristenattraktion. Tod der Umwelt und so. Da kam ich her. 4 oder irgendwas. Oh, Upgradeinheiten. Habe ich? Upgrade? Ja, 12. Äh. Aber das nehme ich gerne mit. Äh. Tödliche Waffe. Ein Superschrubber. Oh. Absolut. Sieh. Das ist schon mal sehr gut. Den Kamm brauche ich auch nicht anhandauern. Ja, ich werde, glaube ich, keinen Alarm auslösen. Gut. Die Frage, es lohnt es jetzt überhaupt. Dreck, äh. Lass ich es erst mal. Kämpfen wir denn hier? Doch, das ist so. Reine Recreation. Ah ja. Wird sich noch zeigen. Gut, haben wir das erledigt. Dann würde ich fast sagen, eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön oder so. In der Richtung. Ruhegezwitscher und Pflanzen. Ja, ja. Ne, Hartmutstrand wollte ich nicht hin. Äh. Ja, Orientierungssinn. Guten Morgen. Achso, ich hoffe übrigens, dass jetzt die Aspect Ratio passt. Ja, das ist der Herr Voodoo. Wie gesagt, war es wirklich der Erste, der sich darüber aufgeregt hat. Oder zumindest angemerkt hat. Aufregend ist jetzt ein bisschen was hart ausgedrückt. Äh. Ging es hier lang? Glaub es ging hier lang? Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Das kommt euch nur so vor. Strand. Ja, ging hier lang. Doch nicht? Ne. Hier ist mein Bereich. Ja, ich sage, ich habe mich nicht verlaufen. Alles wunderbar, alles geplant. Ich wollte hier lang. Habe ich einen Speedboost? Nope. Habe ich mir vielleicht schon... Ja, wenn ich gerade halt mir ein Feld holen können. Egal, jetzt renne ich mich nochmal zurück. Laufen, 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 laufen. So, also, wie soll das denn da wollte ich nicht hin? Wollte ich hier hin? Ja, ich denke, hier wollte ich tatsächlich hin. Weiß gar nicht, gibt es hier eigentlich nur 256 Farben oder... habe ich irgendwas falsch eingestellt? Ich meine, der Himmel sieht ja schön aus, aber... Ein paar weniger Farbübergänge, der hätten dem auch nicht so recht. Einmal mal schläuchern. Dann auf zu einer Fahrt ins Ungewisse. Hüpf. Es ist Abend, okay. Da ist irgendwas an. Ich weiß nicht, ob du mich drohen oder sowas. Keine Ahnung. Wie eine Schwebemöwe. Du bist... ja... kaputt. Wie habe ich es bitte hinbekommen, ein Schlauchboot zu versenken und ein Paddel zu zerbrechen? Soldat, du bist einfach nur... wiebisch. Eins. Der ist aus dem Becken. Huch, woher bin ich hier eigentlich gelandet? Das Recycated Arena. Bittens. Okay, try Optimum auf jeden Fall. Und NATO-Draht. NATO-Draht ist nie ein gutes Zeichen. Warum? Warum soll ich jetzt mal auf Quartier und... Bäh. Oh, hallo. Ihr seht mich. Nicht, ihr seht mich. Nicht, nein, nein. Joink. Ähm. Was habe ich denn? Ja, ich habe meine Pistole. Toll. Mein Todesschrubber, der mir auch nicht so viel bringen dürfte. Das heißt Stealth. Ich meine, so rein vom Sound her scheinen das hier Cyborgs zu sein. Hier texturiert es zwar, aber wenn die eher nicht stark sind, dann habe ich ein ziemliches Problem. Erst mal speichern. Speichern ist immer gut. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, nein, nein. Alles gut, alles wunderbar. Schön. Äh. Cool's durch. Nochmal. Oh, hallo. Nochmal speichern. Halle, Surprise. Ja, tatsächlich eine Überraschung. Was will ich hier? Du siehst nicht nach dem Hauptweg aus. Also. Da ist noch ein Loch und hier ist ein Wurzel. Okay. Wo führst du mich hin, Big? Oh, Wasserfall. Okay. Nebenan, ich will springen. Es ist gerade ein großes Gebiet. Sollte ich das nachholen? Das ist jetzt die Frage. HD-Wasserhose. HD-Wasserhose. Oh, Affe. Guten Tag. Ist mir noch Zweiter. Es garantiert noch ein Zweiter irgendwo. Pallmann. Okay. Wo ist das hier wirklich nur so ein einfaches Gebiet, wo du lullst? Bananen. Okay. Also noch nicht ganz so nutzlos. Heilen, heilen, heilen. Okay. Das ist hier wirklich nichts. Ist ein recht langer Weg. Aber gut. Ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie recht quer. Kann ich da raus? Ne. Da kann ich raus. Gut. Also geht es hier anscheinend doch noch weiter. Ähm. Blub. Blub, 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 blub. Noch so ein langer Tunnel. Weiß gar nicht. Haben wir hier ganze Luft? Ich kann erinnern. So lange jemals. Unsergetausch sein. Ne, hat man nur ein Schwimmbecken. Das ist nur für Sekundenbeurteil. Affe. Nein, du fließt nicht. Na. Böse. Trip. Badant. Äh. Böse. 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 Nut. Also kann ich mir die jetzt wieder auffallen. Mit ganz, ganz vielen Bananen. Was hat sich doch nicht gelohnt? Ich habe jetzt Verlust gemacht von der Bananen, glaube ich sogar. Den ich auch gefunden habe. Äh. Vorsichtig. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, da ist noch ein Loch, okay? Also ein System aus Löchern. Auto? Jetzt hinterm Auto gelandet. Stehen da? Ja, da steht, Leute. Ähm. Nuchriere euch mal beflüssend Licht. Oder versuch es zumindest. Kann ich aber nicht. Ah. Hamburger. Okay, danke. Gut, gehe ich. Wolang muss ich jetzt? Hm. Rein vom Prinzip her müsste ich ja hier durch, glaube ich. Huch. Enger. Hier ist Treibsland irgendwo. Wie geht es mir jetzt aus? Okay. Da sind Leute und da ist noch ein Tunnel. Aber den war doch ein Gebäude, glaube ich. Ähm. Ja, Orientierungssinn ist wieder voll auf 100%. Das ist herrlich. Lauter fahren dürfen. Äh. Gut, das sieht dann vielleicht doch Erfolgsversprechen aus. Na, nur einen bitte. Einer nach dem anderen. Huch. Ich bin ja auf der falschen Seite, ne? Ich haue gegen den Stein. Baa. Ah. Okay. Das versuchen wir am nächsten Mal, glaube ich, nochmal. Wo habe ich eigentlich gespeichert? Äh. Okay. Vielleicht doch nicht. Mal schauen. Ach, ist das jetzt hier wieder das Auto? Oder ist das ein anderes? Wupp. Wuppwuppwuppwupp. Ähm. Ne, das sah, glaube ich, anders aus. Ne. Ich nehme wieder den längeren, versteckten Weg. Also, bis auf ein nächstes Mal. Ihr kennt den kam ja schon. Es dauert ein bisschen was, wenn wir das nochmal machen. Also. Also.